Wir kommen zurück! Habe ich hier oben was vergessen? Er habe ich nicht. Wir fehlen ja nur noch ein paar Erhungen schaffen. Ich glaube, so viele fehlen mir gar nicht mehr. Mit jedem WDR 5 Gehen zum WDR 4 Ich hab keine Muni! Oh, ich hab einen Muni! Das ist aber nicht wirklich viel Muni, muss ich zugeben. Das ist aber nicht wirklich viel. Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön, da bin ich ja schatten. Ich hab gern die Muni einsammeln. Sind da irgendwo einer? Ich seh keinen mehr. Okay. Mal gucken, ob hier unten noch was ist. Wenn man mit keiner Muni hier rumrennen, ist aber auch geil. Ah, okay, jetzt hab ich jetzt wieder ein bisschen los. Okay, da ist halt... Okay, da ist halt... So, ähm... Wo ist das hier, ist die Frage? Okay. Okay. Dafür... Für die Munition renne ich jetzt nicht zurück. Für die Dämoni renne ich jetzt nicht komplett zurück. Okay. Wie renne ich jetzt nicht komplett zurück? Was? Ja, da war. Was ist das? Weinen? Was ist das? Ich muss das, was sagen, was wir zerstören? Achso. Ab fornimmt! Ich will. Ich muss das, was wir jetzt nicht mehr anziehen. Ja, das ist ein nemes Bord. Es ist nicht weg. Hallo! Yes, get off! Okay, ich hab alles. Ui, jep. So, mal gucken, ob ich die Ball. Nein. Okay, nehm ich mal direkt. Ähm... Gibt's nicht ne Schnelltaste für... für... sowas? Also ne Schnelltaste für... zum Heilen? Was kommt jetzt? Äh, sollen wir wetten, dass der... Der wird jetzt abgeschossen. Und tschüss. Oh, der ist ja auch... vom Dienst. Oh, okay, haben wir es. Warum ist hier eine Treppe nach oben? Okay, ich muss mal die Dings gleich ändern. Ich habe eingestellt, dass ich mehr Muni zufällig finde. Das müsste ich mal ändern. Oh, ich kann hier runter. Oh, ein Scepter. Okay. Okay. Dann ist hier nichts mehr, dann können wir wieder nach oben gehen. Leck hast du eigentlich mittlerweile den Dings gekriegt. Die Errungenschaft mit dem Schießen. Warte mal, da unten mache ich doch gerade, oder? Mal gucken. Hier fehlen drei Errungenschaften. Toll. Mir fehlen wahrscheinlich ein paar mehr. Ja. Yay, alle blauen Medaillons machen. Als hätte ich das nicht gesehen. Als hätte ich das nicht gesehen. Oh Gott. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Errungenschaften. Oh Gott, hier sind noch mehr von den Viechern. Die Reparaturen wurden ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Da die Anlage zuvor als Gefängnis dient, waren nur minimale Eingriffe nötig, um die luftdichte Versiedlung zu verstärken. Vorausgesetzt wir bekommen keine Probleme mit der Kühlung, planen wir alle verbliebenen Testexemplare aus Trakt 1 hierher zu verlagern. Alle Testexemplare wurden erfolgreich überführt. Während des Transports kam es zu einem kleineren Zwischenfall, bei dem ein Exemplar aggressiv wurde. Glücklicherweise sind nur wenige Opfer zu beklagen. Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Exemplaren stets besondere Vorsicht walten. Es gibt Berichte, denen zufolge sich langsam eine Toleranz für die niedrige Temperatur entwickelt. Ja, toll. Das ist ja toll zu wissen, Alter. Ähm. Oh, ein Armband. Okay, hier ist das nicht. Hä? Na, und ich komme da nicht mal rein. Müssen wir erst mal gucken. Das Teil... Da unten sind nämlich noch die Medaillons. Ähm. Ich habe die Medaillons nämlich nicht ganz eingesammelt. Ähm. Jetzt ist das oben. So ist das oben, das Medaillon. So. So. Dann ist irgendwo Hier noch eins Da unten soll außerhalb noch eins sein, aber ich frag mich halt wo So, und da soll eins sein Da unten ist es, die Frage ist wann so treffe ich das am besten? Und wo treffe ich das denn am besten? Da, oder? Hier, es fehlt nur noch 5 und das ist drin Oh Da habe ich Gewehrmunition Das ist drin Habe ich den Händler eventuell übersprungen? Kann das sein? Dass ich den Händler eventuell übersprungen hab? Nein, ich kann jetzt nicht den kompletten Weg wieder zurück, nur um zum Händler zu gelangen Geschlossen, äh, abgeschlossen Problem ist, an der ganzen Sache Ich habe Nicht alle Errungenschaften Ich hab die Errungenschaften nicht dafür Ich hab die Errungenschaften nicht dafür Weil ich nicht alle Aufgaben gemacht hab Muss ich wohl im zweiten Run machen Ich hab die Errungenschaften nicht dafür Ich bin trotzdem Och Und turns Ich hab ihn Oh, scheiße. Eta, give me the ovensack. Nice. Meine fuckers. Mein Gott! Ich muss die Scheiße nochmal machen. Ich muss die Scheiße nochmal machen. Ich muss die Scheiße machen. Oh Gott. Okay. Hier und da unten ist die fünfte. Kommt halt so, wenn man nichts speichern kann. Standard auf S? Wie auf S? Durchspielen und erheilen werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber doch, durchspielen und erheilen wird wahrscheinlich einfach, wenn du einfach durchrennst. Aber das wird schon schwer, wenn du gegen die Bosse kämpfen musst. Dann wird das schon schwer. Oh, warte mal, habe ich das... Habe ich das Ding mitgenommen? Okay, das Zepter habe ich. Sieht ein bisschen aus wie von Sailor Moon. Ah. Dann ist meine Gesamtnote schlecht. Weil ich viel zu oft gespeichert habe. Dann kriege ich wahrscheinlich eine schlechte Gesamtnote. Ah, von der Zeit ab? Ja gut, ich habe mir Zeit gelassen, von daher... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Da ist noch was. Okay, haben wir noch mal noch ein Medaillon? Ah, guck mal da. Brauch ich mich gar nicht so verstecken. Sieh, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Ich geh mal nach unten. Ich glaub, Schießbuden... Technisch brauch ich's, glaub ich, nicht mehr. Weil ich hab die Errungenschaften. Ja, ich hab alle auf S. Ich brauch die nicht mehr. Aber... Manchmal auch Spaß. Zwei... Eins... Leg los! Oh, traumhaft! Genauso! Du bist ein Künstler, Partner! Nachladen! So geht das! Oh, traumhaft! Komm schon! Unser Spiel ist vorbei! Ach ja. Wie viele Dinger hab ich denn? Erst mal gucken. Habe ich ja schon mal Blindenmunition. Hast du den schon, Black? Oder hast du den noch nicht, die Errungenschaft? Sonst nicht hier nichts, oder? Geh sorgfältig damit um, okay. Für diese Arbeit braucht es Fingersp... Komm wieder, wenn du flüssig bist, Partner! Wenn ich flüssig bin? Wo rei ich nur noch? Besten Dank! Ach, schade, dass diese Waffe damit am Ende des Machbaren angelangt ist. Die hat's in sich. Für den Hausgebrauch. Ich hab nur kaum jederzeit wie willkommen. Ach, warte, warte, warte. Besser, zu gut vorbereiten. Ein paar Vorrats, stirb mir. Hey. Das ist was. Hast du mir geschrieben? Kannst du auch einfach reinschreiben in den Chat. Oh Gott. Okay, hier hängen wir auch noch über die Viecher. Ah, 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 ah. Okay. 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 Okay, sorry. Okay, okay? Okay, okay. Aua! Aua! ich richtig nicht richtig nicht anvisiert was ist das denn ich habe vergessen bei dem komisch bei dem links zu speichern wir sollten eventuell auch mal speichern anpassen ich habe jede menge dinge ich habe so viele bolzen gesundheit die geschwindigkeit beim rennsteig die bin ich aber eigentlich nicht mehr den geruch des kampfes an die kleben hier keinen unterschied die ja ja Shit. Noch einmal hier hoch? Noch einmal das Riech dort. Okay. Was finde ich jetzt? Nee. Okay. Oh, das ist so. Hier kacko. Wie ist das so ruhig hier? Kommt mal mit, Freunde. Das ist so ruhig. Das ist das Wettbewerb! Aber der hat mir ja voll einen Noga gehauen. Oh ja. Ja, aber das hier? Äh, mal eben hier alles nachladen. Oh, haben wir auch noch mal Zeit? Da ist noch ne Kiste. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, tschau!